Am Anfang lernt man als Azubi ganz grundlegende Sachen. Also gerade in der Berufsschule haben wir auch erstmal verschiedene Rechte. Welche Rechten und Pflichten haben wir als Azubi? Und aufgabenspezifisch, wie geht man mit Datenverarbeitungsprojekten um und wie erfasst man Daten? Typische Aufgaben als Azubi sind zum Beispiel Recherchieren für verschiedene Sachverhalte oder auch die Mitarbeit an Projekten, zum Beispiel die Auswertung von Fragebögen oder die Aufbereitung später. Typische Aufgaben im Pfamsberuf sind zum Beispiel, dass man Daten recherchiert oder auch Texte verfasst zu verschiedenen Themen, aber auch die Aufarbeitung von Daten. Also man muss schon ein gutes Zahlenverständnis haben. Für den Pfamsberuf braucht man einen mittleren Schulabschluss. Durchschnittlich, also ich bin im ersten Lehrjahr, verdient man 610 Euro brutto. Ich finde es total interessant, dass man einerseits auch lernt zu organisieren und zu planen, weil man ja auch Forschungsprojekte begleitet. Und das sind auch Sachen, die man nicht nur in seinem beruflichen Leben später braucht, sondern auch im privaten Leben gut gebrauchen kann. Sowas wie Zeitmanagement oder ähnliches. Also ich finde, das ist ein sehr vielseitiger Beruf und auch ein Beruf, der auch noch nicht so lange existiert. Deswegen stehe ich hinter dem Beruf und bin dafür, dass auf jeden Fall der Beruf auch mehr Zuspruch bekommen sollte. Ich mache das. Untertitelung des ZDF, 2020